Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmezeitstelle von Ayo mit Kevin. Hallo. Wie ihr sehen könnt, es sieht immer noch scheiße aus hier. Es sieht immer noch scheiße aus, aber hey, wir haben jetzt sechs Skillpunkte, die wir toll verteilen können. So, aber ich hab bisher nur Jagen und Freie und Landwirtschaft. Mehr hab ich auch nicht. Mehr hab ich auch noch nicht. Kleine Bücher. Ich hab aber wie gut, also ich hab vorher zum Glück ein bisschen was zu essen gemacht. Ich war gestern online. Also ich muss nix jagen. Ah, du kleine Schlawiner, du. So, Skillpunkte. Was hat man hier so schönes? Jagen, machen wir doch gleich. Ähm, Landwirtschaft, ja komm, gib her das Ding. Ansonsten wird es Zeit für neue Bücher. Ja. Oh. Ich glaub, ich muss mal kurz re-loggen. Mir fehlt schon. Was ist das jetzt? Bei mir fehlt schon wieder der... Das Lagerfeuer? Das Lagerfeuer und der Forschungstisch fehlen bei mir. So, ich bin jetzt weiter am Bauen meines wunderschönen Hauses. Vom Steinhaus. Wollte ich ja jetzt... Ah, ich muss abtragen wieder. Natürlich muss ich abtragen. Wie immer. Ach, Mensch. Ich seh meine Tische wieder. Was ist denn da los? Wahnsinn. Boah, geil. Das heißt, ich kann jetzt... Ich kann jetzt das... 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 Das Metzgerhandwerk machen. Hell yeah. Wollte ich schon die ganze Zeit machen. Einfach wegen besserem Essen. Ähm... Metzgerhandwerk. Und ich brauche dafür... Kulinarische Forschungspapiere. Basis. Kulinarische Forschungspapiere. Ähm... Grundlegen. 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 Ah, hier. Aber was sind wir denn? Kochkunst mit Fleisch. Äh... Mit Fisch. Äh... Getrockneter Fisch. Ne. Getrocknet. Wo kann man denn getrocktes Fleisch machen? Ähm... Gestell. Ah. Fischhaken, ah. Ah. Okay. Brauche ich aber erst einen Fischhaken. Also Fisch-Tisch. 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 ganz normalen blacksmith schmelzen schneidereien übungen painting verbesserte stein mit allen gibt es nicht alles klar kann ich so machen fischereitisch damals doch ich brauchte noch die holzbretter vorhin auf das war das problem gewesen holz kiel eisschrank bretter ich liebe diese playlist da war seine play dass sie dann natürlich wie immer der playlist ist diesmal ist es wird ja musik drinnen besonders von wunscher 2 hat wird ja nicht so epische musik epische und auch mittelalterliche musik drinnen natürlich etwas moderner okay also die das ist alles gebaut und ich ich glaube nicht dass der fischereitisch was in den sie eigentlich eine kühlbox ist irgendwas spezielles okay das gute ist ich habe hinten sich das heißt ich kann das ding auf jeden platz okay kramthoff das sind krammräuse keine kramtöpfe zum fit Vor allen Dingen das Trockensteil heißt einfach Fischregal. Wer hat das übersetzt? Okay, WTF heißt das Fischregal? Das Fischregal. Deswegen spiele ich gerne auf Englisch. Meine Fresse. Die Übersetzung ist einfach nur ekelhaft. Okay, äh, viermal massiv Holz und dann brauche ich ein bisschen Pflanzenfahre. Wie wollte ich das massiv Holz? Ach, da, warum? Fischregal. Herstellt. Scheiße, ich habe schon wieder verdammtes Essen noch hier drin, ey. Oh, scheiße. Tut mir leid, meine Tierchen des Waldes. Ich brauche leider Erfahrungsjubpunkte im Jagen, also müsst ihr leider jetzt herhalten. Damit ich das Fischregal basteln kann. WTF ist das ein Dünger hier? Dünger, 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 damit ich eigentlich jetzt Dünger machen könnte, ey. Dünger, 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 Dünger. Wo ist Dünger? Da ist Dünger. Äh, fortgeschrittene Forschungs- und Landwirtschaften, Grundlegen des Geologie, Grundlegen des Geologie. Huch. Das haben wir. Warte mal. Den Wolf getroffen, wo der... Ich mach den Dünger. Zack. Die Tiere backen komisch herum, what the fuck ist das? Die backen komisch herum? Ja, keine Ahnung, hier war gerade ein Hirsch, der hat sich so richtig komisch im Kreis gepackt. Hä? So, Jagen, Level ab. Basik, nimm doch hier, du kannst doch hier was rausnehmen, wenn du was Basik-mäßiges hast. So, und ich hab auch kurz mein Essen für später, weil... Tierkadaver verderben nicht. Yay. Das ist auch mittlerweile, weil ich mache, wenn ich zu viel Tiere hab, dann... ...durch die Tierkadaver aufbehalten. Ah ja. Hä? Basik, doch, jetzt ist doch Basik-Kundlegen des... Ah, fuck, jetzt hab ich vor, als Tisch hätten, ne? Na, egal, Kundlegen, das brauch ich. Oh, was machst du denn Schönes? Äh, Dünger. Kommen wir eigentlich diese scheiß... Äh, Adobe und sowas damit mal loswerde. NNT. Kidaiube Car fun& Auch dein Adobe dann mit ab und zu mal rübertrage dann. Ah, das wär echt super, dann kann ich dieses Lager hier endlich... ...freimachen für andere Dinge, wie Ressourcen. Okay, ich hab ein Filchern Eiz... Äh, Filchern Eiz, äh? schön erweiterung für meinen natürlich für trockenes fleisch brauche ich rohes fleisch alles klar das rohrfleisch kriege ich nur wenn ich den den metzgers gehabt den ich gerade versuche herzustellen aber ich kann den ich kann den fisch ding machen weil ich kann fische mit jagd skill auseinandernehmen ich muss nur fische sammeln oder siegel oder sonst irgendwas in der art warum krieg ich jetzt und wieso krieg ich jetzt das spiel hat mir gerade gezeigt dass wenn meine kalorien auslaufen warum warum jetzt ich schwimme schon die ganze zeit mit dem ozean einmal geschwommen okay weißt du was ich baumina ich denke im baum fest online muss ich nicht durch den anstag aus weißt du was ich baum mir jetzt nach wenn das passt wenn es nicht schon eine gibt die wir bekommen haben haben wir nicht doch die muss man selber noch was dann kostet mich hier ein bisschen holz und pflanzenfasern das passt dauert nur zwei minuten so währenddessen es wird noch ein bisschen graniter ich platzieren muss auch mein produktionsgebäude muss ja so langsam mal fertig werden hier erstes wachsen so viele bäume einfach um ja bei mir auch ich meine ist gut dass wir da nicht so viel dann laufen müssen für holz aber es ist schon nervig dass man erstmal einen halben wald abholzen muss damit man weitermachen kann ja so das macht er jetzt erstmal stück für stück gut und dann mein dünger wird jetzt stück für stück erstmal gemacht so ich brauche mehr granitwände das heißt ich brauche mehr granit ich habe so viel kann man ich würde ja gerne rüberkommen und das holen aber ich kann halt immer nur 15 tragen aber hast du gemerkt dass sie das design von den wagen geändert haben ja sie ganz cool aus wenn ich hoffe ich auch ganz cool ok jahre ist auch fertig perfekt das kann ich ein bisschen anhören die hacke brauche ich nicht ja ich komme darauf zu in irgendeiner der späteren folgen bestimmt das bis dahin noch nicht vergessen haben sagen wir schauen ob ich hier was angeln kann überhaupt irgendwas überhaupt anbeißt oder ob ich dafür wirklich weiter ans mehr muss das sieht mir derzeit nicht danach aus ok merken in den tundra flüssen gibt es keinen keine fische ich muss dafür ein bisschen weiter fluss ab jetzt laufen oder weiß was ich gehe einfach ans meer ist ja nicht weit weg ich brauche nur ein paar fische für für das trocken gesteckt das mit der buch kürbisse vielleicht nehme ich auch ein paar fahrne hier noch mit ich bin mir drin fisch einmal ein blauer ganzen haiermarken man diese scheiß dinge ist immer noch eine heimstätten ich habe keinen platz für die also auf jeden fall deutlich besser als vorher wo man nur durch städte sein gebiet erweitern konnte das stimmt allerdings hatten sie erst weggemacht mit den heimstättenpapieren haben sie wieder ran gemacht so passt doch hier was an oder habe ich das ganzen habe ich das schon das ganze meer weg gefischt jetzt noch ein bisschen erfahrungspunkte mit düngern brauche ich brauche stufe 3 alter vielleicht bin ich doch im arsch ich habe es gewusst ich kann erst mal erde mit füller aus holz fahren ich habe keinen plan wie man das adobe weg macht ich nehme die erde erst mal das passt ja ich bin noch nicht anders übrig lass mich raten du kannst auch mit essensresten noch keinen dünger machen weil da brauchst du auch jetzt erfahrung ja alter schon ein bisschen nervig ich mache jetzt Holz sparen dinge rein ich muss eh so viele bäume hier wegholzen das schadet mich jetzt nicht gibt das nicht ne ich muss hier so viel holz das ist wieder so viele bäume wieder weg ballern 64 64 dünger auf jetzt erfahrungspunkte sammeln weiter gehts ans hause ans hause ans hause alles abtragen ok große fische mittlere fische ok alles klar alter ok ok zwei große fische hätten schon gereicht alles klar fuck that fuck that huch nein äh äh abbrechen ja ok drei minuten dafür dann brauche ich hier äh äh kochkunstbasis für getrockene fisch zweimal fisch zweimal und ich mach 20 stücke und kann aus diesen 20 stücken fisch 50 getrockneten fisch machen nice ok der dauert insgesamt 40 minuten hey nicki brauchst du dann fisch what 40 minuten achso gar nicky ich mach getrockneten fisch ja ich hab mir neilwert hehehe der leckt mich da mal ey Dünger Dünger kann ich Dünger immer noch reinwerfen oder ist das jetzt vorbei ist vorbei nö ich kann Dünger reinmachen ich dünge dich aber kürbisch nicht gedüngt die zwei yeah es geht eigentlich nur um die scheiß erfahrungspunkte es geht immer noch um die erfahrungspunkte nicky das stimmt jederzeit erfahrungspunkte jederzeit am jenen ort mhm 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 ok alles klar wer hat das gesagt das hat einen wake auch auf ne fällt mir grad ein mhm ich muss das sand rock aufnehmen mhm so viel zu tun so wenig zeit ich mach ich mach bleib nur eine Folge heute auf weil ich hab morgen bisschen mehr Zeit einfach keine Folgen aufnehmen hehehe einfach nicht aufnehmen einfach sein lassen einfach sein lassen wer ist drauf kommt er auf er kann auf die eisbox zugreifen perfekt ist da rein ganz noch ok trockener fisch wird offiziell hergestellt das ist ein blökenbomb, das ist mir wichtig, dass ich auf jeden Fall fallen okay okay die fische sind ist fertig so viel zu viel kann ich das heißt die zwei vierte sind die lasse ich dort wo sie sind ohne sie ausnehmen zu nehmen weil das heißt haben sie nicht das buch kann jetzt das buch darf jetzt buchen buch darauf ist buchen jetzt gucke ich mal noch ein paar bären schnapp weil mir geht langsam die kalorien aus während der fisch trocknet das ist immer auf jeden fall davon aus getrockneter fisch hält auf jeden fall länger der kühlbox aber so und jetzt wird es auch noch zeit für eine wagenladung granit nein ich weiß nicht ich bin zack wieder kaputt kaputt zack zack Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin zu hungrig um das zu tun, natürlich bin ich das. Necky, ess doch mal was ey, ess zu wenig. Was ist denn mit deinem Fisch? Nein, ich weiß. Kannst du es noch machen. Der wird gerade zuerst vom Forschungstisch eingenommen. Ja, das würde ich nicht mehr zählen. Bei Reden. Reden. Oh, Kübelsee. Ich habe jetzt 64 Dünger gemacht. Ich bin immer noch nicht ein Level auf ey. Echt jetzt? No. Damn. Oh. Stop. Oh. Vielen Dank.